So, hollo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer anderen Folge Far Cry 4 in der Welt von Kürat. Und wir sind hier in diesem Haus, in diesem Lieblichen, wo wir letztes Mal aufgehört haben, etwas zu tuten tun. Und wir haben alles verkauft und deswegen begeben wir uns gleich mal dorthin, wo wir hinwollten. Auch wenn ich mir ganz sicher weiß, wo das denn war. Wo wollte ich denn überhaupt hin? Ich wollte irgendetwas einnehmen, glaube ich. Das hier, genau. Das hier wollte ich einnehmen. Ähm, ich will den Outpost gerne markieren. Hab ich jetzt, glaube ich. Okay. Dazu, komme ich da mit dem Wingsuit gut hin, frage ich mich. Das wäre eigentlich das Fresheste. What the fuck are you doing here? Stop it. So. Fliegen mal da rüber einfach und schauen mal, wie weit wir damit kommen. Hoffentlich weit. Nicht in den Baum krachen, vorsichtig. So, und dann machen wir mal hier den Fallschirm auf. Wunderbar. Dann würde ich gerne nochmal hier rüber und dann gleich nochmal mit dem Wingsuit fliegen, weil das am schnellsten gibt, glaube ich. Na, hier vielleicht. Ja. Wow, warum nicht? Gib mir, gib mir meine, meine Batman-Powers. Los. So, jetzt aber. Perfekt. Oh nein, Ladebildschirm. Wow. Geil. Ja, das freut mich natürlich riesig, wenn das passiert. Diese Ladebildschirme sind halt einfach, ähm, Hurensöhne. So einfach ist das gesagt. Falls into water will never hurt you. Danke für diese Information. Auch von 150 Metern nicht. Wir werden 10. Ähm. Ich spiele gerade etwas lange. Nur etwas. So, so ein klitzekleines bisschen lange. Hi, ich bin zurück. Na, wie geht's euch? Ich bin nicht gestorben. Das ist nur eine Illusion. Und wir begeben uns auf den Weg, das Ganze noch einmal zu tun. Ja, ja. Denn jetzt kriegt er hoffentlich kein Ladebildschirme mehr. Ich könnte eigentlich auch einen Quad nehmen, aber ich glaube, dass ich mir am Wingsuit echt schneller bin. Pssst. Alles wird gut. So. Das darf nicht was. Ich dachte, ich komme da vorbei. Ich hätte einfach links vorbeifliegen sollen und dann erst die Kurve schlagen. Mein Gott, ich bin ein behinderter Mensch. Unglaublich. Warum mache ich sowas? Ich weiß nicht, was in meinem Kopf vorgeht, dass ich sowas mache. Aber ich muss jetzt irgendwie noch schaffen, dass ich die Folge noch zu dem Outpost komme. Hoffentlich kriege ich das hin jetzt. Danke, bitteschön. Wäre wunderbar. Wäre wunderschön. Aber erstmal muss ich die 10 bis 20 Jahre Loading Screen überleben. Ich würde mich ja gerne schockfrosten und dann im Jahr 3000 wieder aufwachen. Aber naja, habe ich gesagt, dass dann schon Farquaad 25.000 draußen ist. Auf geht's. So. Wingsuit Challenge, die dritte. Jo, was geht bei euch? Alles klar. So. Da kann ich nicht abheben. Da muss ich eh hier außen lang. So, jetzt blicke ich hier rum und dann mache ich hier die Kurve. Das klappt hoffentlich jetzt. Sieht bisher gut aus, ja. Und Parachute. Perfekt gelandet. Nicht mal der Body Armor gedamaged. Was mir sonst immer passiert. Also sieht echt rosig aus. So, jetzt würde ich hier gerade nochmal den Flug hinlegen, den ich gerade schon gemacht habe. Und zwar von hier. Dann hier Parachuten. Ah, hier habe ich es leider nicht hoch geschafft. Aber hier kann ich gleich nochmal weg springen. Und hier vorne vorbeifliegen. Jawohl, Alter. Das läuft doch. Da unten ist ein Elefant. Aber ich darf keinen Krawall machen. Ich muss das schaffen, ohne irgendwas zu damagen. Bedauerlicherweise. Also ohne entdeckt zu werden, meine ich natürlich. Was geht denn da ab? Da sind Typen. Aber das Karma eventuell will ich eigentlich gar nicht machen. Ich will nämlich nur da hinten hin. Ah, was soll's. Hä? Alles klar. Okay. Hab nur noch nicht geladen gehabt. Nein, ich habe meinen Bogen nicht mit. Aber den brauche ich jetzt eh nicht. Alles gut. So, komm her. Warum stirbst du nicht? So, du stirbst. Darf da wie eine Pussy zu schießen. Komm raus. Sein Mann. Was macht da die ganze Zeit Geräusche? Alter. Keine Ahnung. Nein. Gib das wieder her. Und jetzt looten. Leute. Das geht so nicht. Ihr könnt mich nicht einfach so blutrünstig von hinten überraschen. Da bin ich kein Freund von. So. Wir sind angekommen. Wir haben hier oben einen Kollegen. Den habe ich schon direkt gesehen. Und da unten sind auch zwei. Jawohl. Da ist der Alarm, glaube ich. Sieht zumindest stark danach aus. Und ich würde am liebsten jetzt erstmal runden drehen. Und wirklich gucken, ob ich alles sehe. Also wirklich alle Leute. Weil sonst überrascht mich im Endeffekt wieder einer. Und dann scheitert das nur daran. Nur sehe ich da unten gerade gar niemanden. Doch da ist einer. Da kann ich mir noch einen Waypoint setzen. Aber der Alarm ist da, glaube ich, nicht. Der ist da drinnen. Kann ich mir zumindest am besten vorstellen. Oder hier drinnen. Keine Ahnung. Da hinten ist noch einer. Gut. Alter. Wenn ihr mich jetzt auffliegen hättet lassen, Alter. Ich weiß ja nicht. Ah, der Typ repariert nur. Ich dachte schon, der guckt. Aber tut er nicht. Ich würde den ja ganz gerne als erstes ausschalten. Und seine Position annehmen. Guck mal. Okay. Okay. Der ist schon mal sauber weggeräumt. Da hinten ist einer. Da unten treibt sich noch einer rum. Kommt der hier jetzt hoch? Ich hoffe mal nicht. Habe ich mein Extended Magazine nicht mehr auf der Waffe? Kommt mir irgendwie so vor. Weil ich die ganze Zeit nachladen muss. Richtig schlimm. Kommt der echt hier hoch? Wo geht der Typ hin? Wo gehst du hin? Ich würde ihn voll gern Takedown haben, wenn ich die Gelegenheit hätte zu bekommen. Weil dann sehen die anderen mich nicht. Beziehungsweise. Da ist die Chance viel, viel kleiner. Weil ich ihn hier perfekt abschließen könnte gerade. Dann drehen wir noch mal eine Runde da hinüber. Ich habe jetzt da unten diese drei Kollegen. Aber das heißt es sind insgesamt fünf Leute. Ich kann ja nicht wissen, wie viele hier insgesamt drinnen sind. Aber ich schätze einfach, dass es mehr als fünf sind. Und deswegen werde ich hier nochmal die Runde fertig drehen. Und gucken, ob ich noch jemanden sehe. Weil ich glaube, dass es sechs Leute sind. Das habe ich irgendwie so. Ich habe so einen Verdacht. Ich werde gleich sehen, ob sich der bestätigt oder nicht. Hier sehe ich zumindest noch niemanden. Wenn das wirklich die einzigen sind, dann könnte ich da einfach so perfekt mit dem Granatwerfer reinschießen. Dann sind die alle tot. Ich höre auf jeden Fall einen Hund. Nein, warte, da schläft jemand. Das ist ein Schnarchen, oder? Ich bin der Meinung, dass das ein Schnarchen ist. Also ist hier noch jemand. Okay. Ein Typ ist da noch. Ich gehe mal auf die andere Seite. Ich gehe mal auf die andere Seite. Und versuche den mit einem Takedown zu killen. Wow, warum bewegen die sich? Geht wieder zurück. So wie ihr gerade wart. So war es perfekt. Ich hätte nur diesen einen Typen ausschalten müssen und dann eine Granate in euch reinwerfen. Das wäre das Perfekte gewesen. Okay, da ist aber der Alarm bei dem Typen. Ich könnte ihn abschießen. Habe ich den Throwing Nerf ausgewählt? Jetzt. Wenn ich das jetzt treffe, dann ist es ideal. Wenn nicht, dann habe ich verkackt. Das sollte ich aber eigentlich so treffen, wenn ich so werfe. Ich kann mich so schlafen. Ich bin so schlafen. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, geht doch. Alter, das war aber schwer, die jetzt zu treffen. Jetzt habe ich es aber geschafft auch. Undetected. Yes. Jo. Gut, dass ich den anderen Typ dann noch gesehen habe, weil wenn ich vorher die Granate reingeschossen hätte, wie die alle drauf auf dem Fleck standen, wäre das zwar einfacher gewesen, aber dann wäre ich hundertprozentig entdeckt worden, weil der Typ dann hier aufgewacht wäre. Du hier, du Spinner. Sehr gut, haben wir das geschafft. So, dann würde ich hier gerne die ganzen Sachen eben an mich nehmen. Wie zum Beispiel das hier. Okay, werfen wir einfach einen Molotow, ist einfacher. Jo. Nicht gleich das ganze Haus. Bitte. Ich muss hier hoch. Danke. Äh, climb. Frage mich, ob das Journal... Aua. Warum brenne ich? Ob das Journal im Häuschen drinnen ist? Ja, sieht ganz danach aus. Okidoki. Dann machen wir das eben mal so. Okay, hat gut funktioniert. Ich dachte eigentlich, dass ich jetzt sterbe. Der Alarm hier bringt euch nichts mehr, meine Freunde. Tut mir leid. Ähm. Hier ist so viel Stuff einfach nur. Ich weiß gar nicht, wie ich die gekillt habe. Also, war hier in einem Fass? Ich glaube nicht. Dann war es mehr oder minder eine Glückssache, dass ich die alle gekillt habe. Auf Wiederschauen. Ist das hier auf dem Dach oder wo ist diese Kiste? Ah, da oben drinnen. Okay. Hä? Ich will hier hoch. Weißt du was? Pass mal auf. Oh, warte mal. Ich sollte die Bienen, glaube ich, mit Dings ausrotten, ne? Mit... einem Molotow. Warum ich das tun würde? Na, um die Bienen auszurotten. Na klar, oder? Jetzt gehen wir mal Chilic hier rein. Gönnen wir das Journal. Da habe ich schon neun Stück. Krass. Es gibt ja nur 20. Also, so viele sind das gar nicht mehr. Freut mich natürlich. So, und hier haben wir nochmal ein Propaganda-Poster. Zwei in einer Stadt. Crazy. Warum wird mir das nicht angezeigt, gerade? Jetzt. Sieben Stück noch für den nächsten Reward. So, wie komme ich denn da jetzt hoch? Das ist ja die Frage. Hier vielleicht. Tatsächlich. Und hier komme ich dann noch ein Stück höher? Hier nirgends, ne? Hier kann ich aufstehen? Hier kann ich aufstehen. Ja. Perfekt. Aber das ist nicht die Lösung zu meinem Problem. Hier komme ich nicht vorbei. Hier komme ich auch nicht durch. Hä? Wie komme ich denn da hoch? Bin ich behindert jetzt? Ich werde, ich muss einfach hier hoch. Hier kann man nicht hoch. Hä? Wie, wie, wie zum Teufel? Ach, da ist ein Loch im Dach. Ja, das habe ich natürlich gesehen. Ich wollte es nur mal kurz spannend machen. Ich wollte nur wissen, ob ihr es auch gesehen habt. Ähm, als ob mir sowas entgehen würde. Niemals. Würde ich mal behaupten. Ähm, aber... Ne, hier komme ich auch gar nicht da hoch, ne? Ne. Muss ich mir einen anderen Weg suchen. Wie zum Beispiel diese Leiter hier, die ich... Ich wusste natürlich, dass diese Leiter hier ist. Natürlich wusste ich das. Was glaubt ihr denn? Was denkt ihr denn von mir? So. Ab in dieses Loch hier. Aber die eine Kiste ist hier unten, wie mir scheint. Die ist gar nicht hier oben. Das war Absicht. Damit ich diese Kiste nämlich noch holen kann. Ihr wisst Bescheid. So. Jetzt aber, bitteschön. Jetzt muss ich nicht mehr runtergehen, weil jetzt habe ich ja schon alles. Du musst diese Kiste dahinten holen. Ganz gechillt. Und looten. Wunderbar. Das ist schön. Das ist schön. So. Dann haben wir hier auch alles gefinisht. Gehe ich jetzt mal kurz hier rein. Pack mir mal diesen Wandschrank. Und verkaufe mal alles, was ich nicht brauche. So, ich habe fünf Skillpoints. Das heißt, wir skillen noch mal ganz kurz schnell was. Und zwar. Den Takedown an einen fetten Typen. Den brauche ich nämlich unbedingt. Ja. Und dann würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr eine Bewertung da lassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge Far Cry 4 wieder. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. Und zwar alles. Bis zum nächsten Mal.